Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich muss leider zugeben, dass ich nicht mehr so wirklich einen Plan habe, was und wie und wann und wo ich hier beim letzten Mal war. Wir waren glaube ich hier drinnen. Ich gehe nochmal rein, gucke mir das Ganze nochmal an und hoffe, dass ich dann wieder ein bisschen reinkommen werde. Ich hatte jetzt nämlich eine Woche Aufnahmepause und habe dadurch ein wenig den Faden verloren. Aber den suchen wir jetzt, den Faden. Den werden wir uns jetzt ganz entspannt wieder suchen. Waren wir hier? Oder, ach ne. Genau, genau, genau. Den Zauberspruch haben wir noch nicht. Das können wir noch nicht. Wir waren hinten und haben uns duelliert, das weiß ich noch. Aber was war eigentlich die Story? Weil das haben wir doch nur zufällig gemacht, oder? Ansprechen. Die haben wir ange... Oder? Haben wir ihn angesprochen? Meine Güte, ich weiß es nicht mehr. Achso, okay, bei ihm kommen wir noch nicht rein. Keine, äh... Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Keine 20 Bildkarten, okay. Also, waren wir bei dem anderen Ding. Und was ist der letzte hier? Wer will... Was will er? Du willst den Ravenclaw-Meister herausfordern? Tja, du kommst nicht rein, bevor du mir nicht 10 Bildkarten... Okay, er will 10 Bildkarten. Na gut. Und was war bei ihr jetzt hier eigentlich nochmal? Sie kehren also zurück. Gehen Sie ruhig durch. Wir wollen doch sehen, ob Sie wieder einen Sieg erringen. Okay. Leider habe ich jetzt hier nicht die Wahl, sondern ich muss es machen. Wir haben es ja schon gemacht, im letzten Part, alles cool. Die Frage ist nur, kann ich das jetzt hier abbrechen, oder muss ich ihn wieder wegsmashen? Wenn wir ihn wieder wegsmashen müssen, dann mache ich das. Achso, oh, der... Ah, okay, okay. Wir haben den einen weggemacht und jetzt kommt der andere ran, oder was? Oh. Oh, nein, wir sind... Oh. Lauf doch mal ordentlich. Trevor. So, Trevor. Wie switcht er denn auf einmal umher? Ja. Habt ihr gesehen, wie er da umhergeglitscht ist? Ah. Das wird er auch immer noch genau rein. Iron. Wie schießt er denn immer? Jo. Ich muss mich anstrengen? Wir machen den Typen weg. Ey, das gibt's doch nicht. Hau den Typen doch mal beiseite. Ich krieg ihn nicht getroffen. Ey, wir haben ihn doch schon dreimal getroffen, oder so. Ja, geht doch. Ich wollte doch gerade sagen, wir haben ihn doch schon dreimal seitdem getroffen, oder so. Das wird einfach wegdiskutiert hier. Wegignoriert. Komm. Ja. Lauf auch immer rein. Jetzt war's wirklich spannend. Komm, einfach mit der Steuerung nicht klar. Das habe ich noch nie gehört. Mal, wie er sich da immer wegbeamt. Yo. Weiß, ich muss diesen geilen Zauber hier einsammeln. Aber irgendwie... Achso, mit Kreis mache ich das. Nice. Weg mit dir. Boom, aus dem Bild gebumst. Au. Uh, guter Schlag. So, jetzt haben wir den Typen auch weggemacht. Jetzt haben wir einmal Hufflepuff und einmal Ravenclaw weggemacht. Und als nächstes kommt jetzt Gryffindor, oder was stand da noch für ein Typ hier rum? Und was ist mit Slytherin? Wir bumsten die alle weg, komm. Das ist doch kein Problem. Oder habe ich das falsch verstanden? Sie kehren also zurück. Gehen Sie ruhig durch. Wir wollen doch sehen, ob Sie wieder einen Sieg erringen. Einen machen wir noch. Ich will das nochmal sehen. Ich habe das jetzt nicht ganz gerafft. Waren das jetzt unterschiedliche Leute, oder habe ich das falsch verstanden? Weil sie sagt ja wieder nur Hufflepuff-Gedöns. Ich habe eben gedacht, vielleicht habe ich das eben auf die Geschwindigkeit falsch verstanden. Aber wir schauen. Du hast mich also gefunden. Den Hufflepuff-Zauber... Achso. Ja, sorry, ist der gleiche. Okay, na gut. Dann hauen wir den jetzt nochmal aus dem Bild. Oder können wir hier... Ne, können wir nicht, ne? Ja, komm, wir bumsen ihn jetzt nochmal weg. Ich habe gedacht, das sind unterschiedliche, weil der Typ da hinten rumsteht, weißt? Da habe ich gedacht, der wäre der Nächste. Das ist wirklich spannend. Boah, er versteckt sich da halt auch immer die ganze Zeit hinter seinem Geschlübber da. Schaut euch das aus, der Meister zeigt sein Können, wahrlich meisterhaft. Da. So. Oh, nein. Oh, gut gemacht vom Meister. Ich sage ja, die Runde werde ich auf jeden Fall verkacken. Einfach unglaublich. Da, weg mit ihm. Oh, und die erste Runde geht an Potter. So. Noch eine Runde. Ja, ist halt bitter, ne? Wenn du gerade dein Special machen willst und in dem Moment trifft er dich, das ist halt so. Weg mit ihm. Ey. Wie er sich da immer die ganze Zeit hinter seinem blöden Blumentopf versteckt. Treff ihn nicht. Ich glaube es nicht. Ja, ich weiß, man muss anders an die Sache rangehen, anders schießen. Da. Ja, gut, aber was hat mir der geile Zauber jetzt gebracht? Auch nicht so wirklich viel, ne? Nice, weggemacht. Okay, so, jetzt können wir hier auch mal das Spiel weitermachen. Ne, sorry, ich habe gedacht, das wären unterschiedliche. Dass man sich hier vielleicht durch alle durchkloppen kann. Aber offensichtlich nicht. Dann schauen wir einfach mal, wie es so storytechnisch weitergeht. Nachdem wir jetzt hier die ganze Zeit rumgeeiert haben. Aber ist ja nicht schlimm. Dann machen wir die Part einfach ein bisschen länger. So. Ja, ja. Haben wir doch alles schon gehabt. Ich hatte gehofft, es sind unterschiedliche Leute, gegen die man da antritt. Dass man irgendwie so drei Mann oder so drei Zauberer und Hexinnen da wegmacht. Und dann ist das Thema erledigt. Aber eigentlich ist es schon nach dem ersten erledigt gewesen. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also ohne die Bildkarten kommen wir nicht in die anderen drei Bilder rein. Äh, in die anderen zwei Bilder rein. Mal gucken, ob wir das überhaupt packen. Mit den Bildkarten. Ich fand das jetzt mit dem Special Zauber nicht so cool. Aber vielleicht habe ich das einfach nur nicht richtig mitgekriegt. Dass das doch unterschiedlich irgendwie... Haben wir das Ding hier ganz links? Freut der Kunde. Wow. Der Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Ich mache ein paar Fotos und schicke sie meinem Dad. Schau dir mal mein Fotoalbum an, Harry. Es liegt auf dem Tisch. Meine Fotos sind keine nicht magischen Fotos. Sie sind Magie. Ja, das kann ich vielleicht nochmal erzählen. Das war im letzten Part so, dass ich eigentlich nach den Karten gucken wollte. Weil im ersten Teil ging das so. Und hier geht es, glaube ich, auch so ähnlich. Aber da guckst du dir halt bloß die ganzen... Wusstest du, dass die Schokofrösche dir wieder Kraft geben? Ja, Colin. Ich weiß. Ist das creepy, der Typ. Und der hat mich auch eben einfach random angequasselt. Also zu dem laufen wir jetzt auf jeden Fall nicht nochmal hin. Worauf ich hinaus wollte, du kannst mit diesem Buch einfach durch die ganzen Kapitel springen und das halt alles nochmal machen und sowas. Finde ich jetzt nicht so... Ja, nicht so relevant. Aber es ist halt auch wichtig, weil... Weil du vielleicht noch irgendwelche Sachen einsammeln willst oder sowas. Aber ich fand das jetzt nicht so spektakulär. Aber... Los, Kräuterkunde findet in einem der Gewächshäuser draußen statt. Ich wollte gerade sagen, wo müssen wir jetzt als nächstes eigentlich hin? Aber er hat es uns ja schon gesagt. Na gut, dann Kräuterkunde. Gewächshaus draußen. So, hier kann ich mich tatsächlich... Einige Sachen haben sie recycelt. So diesen Rundlauf, den gab es auch im ersten Teil. Da ist eine Wand. Sollen wir das hier... Ach komm, wir machen Kräuterkunde. Damit wir hier überhaupt irgendwas gerissen kriegen. Wir haben ja eben schon genug zwischen Gedöns gemacht. Wir sollen halt Story jetzt auch mal ein bisschen wieder weiterführen. Wir gehen wann anders mal durch die Wand. Jetzt werden wir erstmal gucken, wie Kräuterkunde so sein wird. Da werden wir ja auch, denke ich mal, wieder irgendwelche Übungen und sowas machen müssen. Mal gucken, was das so wird. Aber dieser Kameratyp ist einfach... Der ist einfach creepy. Aber für die Kenner vielleicht, die das Buch gelesen haben. Oder die Bücher lesen, ne? Gibt es die Charaktere so wie ein Colin, der da Fotos macht oder so? Gibt es die in Teil 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter auch? Oder wird denn vielleicht... Tauchen die nie wieder auf? Oder wird da vielleicht angedeutet, ja Colin hat jetzt die Schule verlassen und ist deshalb raus oder so? Weil den gibt es ja im Film nur im zweiten Teil, ne? Sind die in den Büchern länger relevant oder sind die einfach nur immer für das Buch? Und danach tauchen die nie wieder auf? Lende rein. Ja, jetzt wird hier natürlich mal rausgezoomt, um einfach mal zu zeigen, ein bisschen zu flexen damals für die Zeit. Aber es sieht auch einfach nur aus wie so eine Pappkulisse, die da so steht, ne? Ja, wir können jetzt hier ein bisschen rumlaufen. Das gab es ja im ersten Teil so auch nicht. Also ich wollte schon draußen so ein bisschen rumlaufen, aber so von diesem Shot her. Mit der Brücke und so, das... Aber ich habe so leichte Flashbacks zu Hogwarts Legacy. Jeder denkt, wir laufen jetzt da lang. Ich meine, okay, man sieht da ist ein Schloss vor, aber... Nein, wir biegen jetzt hier mal eben ganz locker so ab und... Ey, kann man hier runterfallen? Ne. Ich wollte gerade sagen, ich muss das unbedingt ausprobieren, aber ne. Geht nicht. Als nächstes haben wir Kräuterkunde. Wie oft wollen die mir das jetzt hier noch sagen? Das ist jetzt der dritte, also... Mir wird das hier oder sowas, dieser Gang hier oder so, so ein bisschen was haben sie doch recycelt aus dem ersten Teil, oder? Ich denke immer, da sind irgendwelche Gänge, wo du so lang kannst, ne. Können auch diese Flugpassage sein, die du im ersten hast, wo du da das... Erinnere mich. ...wiederholen musst. Hä, war der Typ nicht eben sowieso vor mir? Auf einmal überholt er mich von hinten, oder was war das für eine Nummer? Hä? Wieso geht die Kamera da so rein in die Ecke? Oh Gott. Merkt ihr das mit der Kamera? Die hat gar... Die hat übelst Probleme hier irgendwie hinterher zu kommen. Das ist doch Neville, oder was? Oder wer... Ach ne, er. Na, ey, sorry, aber es gibt Open-World-Games, wo ich überhaupt keinen Plan habe, wie es weitergeht. Aber hier wird mir noch einer hingestellt, der mir sagt, ich muss da durch, wo es... Das ist die einzige Möglichkeit. Also ich bin ja einer, der sich sehr krass in Open-World-Dingern auch immer mal schnell verirrt, oder auch Open-Schlauch und so. Aber das hier... Ist rumgetrolle. So. Oh. Was sind das für Pilze? Einige von diesen Shots sind doch auch recycelt, ne? Der hier jetzt nicht unbedingt... Oder hier. Wir haben es geschafft. Das ist die Tür zum Klassenzimmer für Kräuterkunde. Los, rein, Harry. Nichts gegen den Synchronsprecher, aber ich fand den vom ersten Teil besser. Sein Mikro hört sich auch irgendwie dumpf an, oder so. Irgendwie ganz komisch. So, Kräuterkunde machen wir jetzt noch und danach dann... Ähm... Ist der Part erstmal zu Ende, ne? Aber dadurch, dass ich den Anfang so ein bisschen vergurkt habe, werden wir natürlich hier hinten raus noch ein bisschen... Geh zum Kräuterkundeunterricht, bevor der Timer bläuft. Lauf durch die schwebenden Stundengläser, um den Timer zu starten. Wenn du als Schnellster zum Unterricht gelangst und den Schulrekord brichst, wird Professor Sprout dir ein besonderes Geschenk machen. Ey, nichts gegen die Leute, die das eingesprochen haben, ne? Aber ey, jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe ja jetzt auch keine besondere, krasse Stimme, ne? Aber ich hätte das besser hingekriegt, glaube ich. Sorry für diesen Diss an dieser Stelle, aber ihr wisst es, ich liebe den ersten Teil. Und der zweite Teil, der kommt da nicht so ran. So. Auf geht's. Rein hier in die Nummer. Ich fand das im ersten Teil auch besser, dass du halt... Wow. Dass du halt unterschiedliche Bohnen nahtest, vier unterschiedliche Farben. Und hier einfach alles durcheinander, das finde ich nicht so nice. Na, meine Güte ey, was ist denn hier los mit der Steuerung? Guck mal hier, der Pfeil, den gab's ja im ersten Teil auch nicht, der da unten beim Blau angezeigt wird. Der sagt mir, dass ich hier so eine Art, ähm, Bonus kriege, oder? Weil ich besonders schnell bin, oder so? Hä? Wo kann ich denn hier lang? Hier da unten. Wir kacken mal ein bisschen auf die Bohnen. Und versuchen hier... Na gut, wie willst du denn hier an diesem Special noch rankommen? Schaffen wir das zeitlich? Oh, da läuft mir die Zeit schon ganz schön weg. Ich hoffe, das ist hier oben schon das Ende. Sonst wird halt hier nichts mit diesem Special. Oh man. Ich glaube, wir haben's vergerückt. Ja, wir haben's vergerückt. Shit. Ist am Anfang verkackt. Ja, ist vorbei. Meine Güte. Boah. Wo hängen wir denn hier? Ja, sorry. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Aber das wäre auch echt knapp geworden hier. Selbst wenn ich da... Ey. Das wird so schon echt knapp. Aber was soll das denn? Das wird nix. Ey. Wie bitter ist das denn? Harry Potter, wenn du zu spät zum Unterricht kommst, ist das kein gutes Beispiel für die Erstklässler. Ich will nochmal. Ja, dankeschön. Ey. Was ist denn das für eine Nummer? Das ist natürlich auch bitter, weil sie diese Blätter so ein bisschen angeeckt haben, sag ich mal. Dadurch hält er sich manchmal nicht richtig fest. Aber gut. Ich glaube, wir haben's jetzt schon wieder verkackt, ne? Diesen Special-Gedöns kriegen wir doch schon gar nicht mehr. Aber ey, das ist ja wild. Guck mal, man kann ja hier die ganzen Dinger einsammeln. Vielleicht sollte ich einfach drauf scheißen, die ganzen Dinger einsammeln und dann machen wir noch eine Runde. Aber ist auch wurscht, oder? Ey. Hier geht's schon wieder los. Wir laufen dagegen. Ihr wisst nicht, wie ich hier mit der Hand verkrampfe. Wir laufen dagegen und es juckt einfach null. Vielleicht lieber mit dem Stick. Ich bin eigentlich beim Steuerkreuz. Präzise. Dreh mal hier die Kamera an. Und dann... Nein. Nein! Oh, Bro, Alter. Das ist so zum Kotzen, weil sich... Das... Ah, okay. Noch eine Runde. Hier wird ein XL-Part. Das ist natürlich... Was ist das denn für eine Nummer? Lass mich durch. Kann ich hier was einsammeln? Bären fressen oder so? Hier muss jeder Sprung wirklich sitzen, damit wir das hinkriegen. Wir dürfen nicht einmal runterfallen. Wir dürfen wirklich nicht einmal runterfallen. Crazy. So, come on. Rein in die Nummer jetzt. Ey, aber diese blöden Blätter, dass die so angezackt sind, dann hält er sich nicht auch nicht fest. Hier, da hat man es eben schon wieder gesehen. Der hat fast wieder verkackt. So, da rumdrehen. Zack. Und rüber. Los, lauf, 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 lauf. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Wir machen hier den Special dicht und fertig. Komm, halt dich fest. Schönes Ding. Ich will den Harry Potter aus dem ersten Teil sehen, Bro. Da warst du krass. Muss wieder krass werden. Zeit zu return. Das haben wir doch alles. Das kennen wir doch. Lava Welt. Erster Teil. Da war doch auch so ein... Jetzt haben wir so recycelt hier das Objekt. Dieses, dieses Ding. Come on. Hopps. Komm, Bro. Wir machen dich fit. Du wirst einfach der Krasseste. Willst du dich von Malfoy fertig machen lassen, oder was? Oder zeigst du ihm... Wer hier der Babo ist? Nein! Oh, come on. Alter, es ist aber eine enge Kiste, ne? Obwohl wir hier eigentlich... Schulrekord 50. Wir waren 48. So, was sagst du jetzt? Sehr gut. Du hast einen neuen Rekord aufgestellt. Als Belohnung erhältst du den Kräuterkunderennen-Pokal. Ah! Jetzt haben wir das Ding. Sei her. Stecken wir uns in die Tasche. Nice one. So, können wir jetzt Unterricht machen? Was war das für eine Nummer, ey? Aber es ist eine knappe Kiste, so. Ich meine... Da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten, das nochmal ein bisschen besser hinzukriegen. Aber... Das ist schon tricky gewesen. Aber es sieht hübsch aus. Doch, doch. Ich bin Professor Sprout. Willkommen zum Kräuterkundeunterricht. Seid vorsichtig bei der Venemosa Tentacula. Sie beißt. In dieser Klasse bekommst du die Noten A, B oder C. Es gibt Belohnungen für herausragende Leistungen. Streng dich an. Beobachtet, wie ich meinen Zauberstab bewege und drückt dann die Symbole, die er anzeigt. Vollende jeden Abschnitt dreimal, um in Senju Duro zu lernen. Macht euch bereit. Perfekt. Okay. Perfekt. Perfekt. Okay. Perfekt. Perfekt. Nice one. Aber es ist tricky. Die versuchen zu natzen. Pass mal auf. 380% What? Wie hätte ich das denn sonst noch machen sollen? Versuch diesen. Ich habe doch nicht ein Fehler gemacht. Perfekt. Perfekt. Hä? Perfekt. 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 Was ist denn das für ein Genatze? Guck mal, wir haben alles perfekt gemacht. Und jetzt? Zeig mal die Prozente. 91. Hä? Ich schnall's nicht. Konzentration. Jetzt wird es schwieriger. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber ich... Perfekt. Perfekt. Ich schnall's nicht. Mach weiter. Hä? Wieso habe ich da daneben gedrückt? Ich habe genau das gedrückt. Es ist doch immer das gleiche. Ey, komm. Jetzt kriege ich hier nur 50% oder was? Wie oft müssen wir das eigentlich noch machen? 70. Ich habe mich einmal verdrückt. Ja, gut. Puh. Hm. Näh. Weil ich mich einmal verdrückt habe, war... Harry? Du hast die Klasse erfolgreich abgeschlossen. Komm jetzt mit ins Gewächshaus 3. Hier können mir ja mal die Profis sagen... Das ist irgendwie schwer, oder? Stelle ich mich hier doof an. Das ist gar nicht mehr so geil hier alles. Also ich meine, wir haben die ersten zwei... Also beim zweiten hat sie gesagt... Perfekt. 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 Und dann haben wir 91%. Wie geht denn das? Hä? Wo muss ich denn lang? Ach, hier ist eine Tür. Perfekt. 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 Okay, 91%. Wenn du immer perfekt bist, dann sind das eigentlich 100%. Aber das ist genau wie damals meine... Ich hatte mal... Praktikum so eine... Mentorin. Die hat gesagt, eins kann ich ihnen nicht geben, weil dann müssen sie besser sein als ich. Alter. Alles klar. Das war auch bitter. Während andere denn mit ihren... Weißt du... Ich rauch ja nicht, aber andere haben damals denn so mit ihren Mentoren draußen gechillt und erstmal eine geraucht und so. Und die wurden mit eins zugeworfen. Geil, dass ich sie nochmal ansprechen kann und sie sagt nur, jetzt geh und viel Glück. Hat er die Shona eben auch schon aufgehabt? Naja, ist ja wurscht. So. Ich muss jetzt also diese Alraunen. Ich kann mich nur erinnern, das Level war scheiße, glaube ich. Harry, warte. Was? Riecht doch lauter, Hermine. Schau, diese Alraune wird von Riesenschnecken angegriffen. Halte die Schnecken von der Alraune mit Incendio Duo fern. Wenn die Schnecken aus dem Weg geräumt sind, ziehe die Alraunen mit Wingardium Leviosa heraus. Viel Glück, Harry. Wie Hermine einfach nur kurz reingelaufen kommt ins Bild. Mach das. Und dann wieder weg ist. So, warte mal. Ich soll das jetzt wegbumsen, das Ding hier. Hey. Was soll denn das? Hey. Schießt das Ding noch weg. Da ist das eine Steuerung, ey. Incendio! So, warte mal. Was soll ich jetzt? Hey. Wieso lebt das Viech noch? So, und nun? Hallo? Wingardium Leviosa. Was soll ich damit jetzt machen? Schweben lassen. So, fallen lassen. Und jetzt? Achso, jetzt kann ich es einsammeln. Okay. Ich meine, die Ideen sind ja ganz nett. Und ich finde auch, dass es optisch nochmal einen Step nach vorne gemacht hat, das Game. Auf jeden Fall. Aber es fühlt sich halt auch viel recycelt an. Und irgendwie... Hey, da hängt sie ab. Und irgendwie... Kann ich hier hoch? Nein. Wieso kannst du diesen Sprung nicht? So hoch ist das nicht, Bro. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Der Ausgang. Was soll denn das? Also... Was ist das denn für eine Nummer? Dann muss ich den anderen Weg offensichtlich weiter latschen. Aber warum konnte ich da überhaupt lang? So. Wie viele sollte ich machen? Drei. Aber sie hat ja gesagt, für mehr gibt es auch mehr Punkte. Aber hat man denn überhaupt die Möglichkeit, hier noch mehr zu machen? Ich seh hier gar nicht durch. Oh, hier, die Dinger sind geil. Die machen echt Bock. Aber gut, jetzt waren wir ja hier überall. Hier ist ja nichts mehr. Oder bin ich blöd? Wieso ist denn das ein Akt, die Dinge hier zu suchen? Da ist eine Schnecke. Weg mit dir. Warum bummst die einfach komplett aus dem Bild? Oh, was ist das denn hier für ein Glibberviech? Wieso kriegen wir die nicht weggehauen? Die lebt nur immer noch. Ey, ich bin gleich down. Wie wäre es, wenn man mir hier einen Schokofrosch oder sowas hinpackt? Sag ich, ich kämpfe hier gegen die Viecher. Und das macht überhaupt kein... Boah. Haut mal ab hier. Oh, das war eine enge Kiste hier. Ich brauche wirklich einen Schokofrosch oder sowas. Also das hatten wir im ersten Teil, wurdest du, glaube ich, mehr von diesen Dingern zugeworfen, oder? Aber ich schnall's trotzdem nicht. Also es wird gesagt, wir können hier mehr einsammeln. Ich hab es jetzt zwei und da hinten ist Nummer drei. Achso. Ich dachte schon, ich muss wieder außen rumlaufen, weil er ja wieder nicht hochkommt oder so. Weg mit euch. Ey, ich kann nicht... Ich wollte gerade sagen, wieso hat er nicht geschossen? Boah, sind diese Viecher nervig, ey. Das gibt's doch nicht. Down. So, come on. Ich seh hier nur Nummer drei. Kann man hier noch irgendwo langlaufen, dass wir Nummer vier noch kriegen, oder? Weil ich seh hier keinen anderen. Skippen kann man nicht. So. Dann laufen wir mal weiter. Mal gucken, ob hier noch irgendwo irgendwas... Okay. Ah, ein Schokofrosch. Ja gut. Sammle ihn ein und lauf weg. Oh. Die Dinge halten aber auch was aus, ne? Ja gut. Also ich sag mal so, es ist jetzt keine Aufgabe, die jetzt hier hardcore schwer ist. Aber... Halt nervig, ne? Oh nein, die machen auch Schaden. Das hab ich nicht auf dem Schirm gehabt. Die machen auch Schaden. Das hab ich wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Und ein Schokofrosch ist auch ein bisschen wenig. Na gut. So. Habt ihr das gehört? Ich kann nicht überall, ähm, schießen? Oder was war das gerade? So, zack. Zack. Hau sie einfach weg. Na. Hier da. Willkommen her, Bro. Nein! Oh. Lad auf. Er kann nicht immer aufladen. Das ist so dumm. Komm nicht schnell genug vor ihm weg. Jetzt. Er lädt nicht immer auf. Das ist total dumm mit dem Zauberstab. Manchmal... Man hört das auch. Nein! Ich hab's nicht geschafft. Oh nein. Und dann nehm ich auch noch Schaden. Ich krieg die Krise. Toll. Man hätte vier holen können und ich hab drei geholt. Ja, vielleicht haben wir ja noch eine Chance auf einen, aber vielleicht werde ich jetzt hier... Ja! Das brauche ich. Ich wollte gerade sagen, vielleicht laufen wir jetzt auch einfach durch, bevor wir hier noch hops gehen. Meine Güte. Meine Güte. Was ist das denn für eine Nummer gewinnt? Guck mal, ich kann gar nicht... Das ist... Das haben sie dumm gemacht. Yo, lauf gegen den Baum gegen. Ah, das haben sie leider dumm gemacht. Dass du gar nicht überall den Zauberstab aufladen kannst. Yo. Erstmal drauf vorbeischießen. Der ist genau vor dir, Bro. Ach komm. Geh doch nach Hause. Der Winkel ist scheiße. Man sieht nicht genau, wie viel Abstand die vor mir hat. Er kann sich viel machen. Das ist... Bitte, das sind zu viele Schnecken. Das sind halt einfach zu viele Schnecken, die da die ganze Zeit angreifen, während ich immer aufladen muss. Oder muss ich überhaupt aufladen? Kann das sein, dass ich vielleicht auch... Aber jetzt machen wir das. Den holen wir. Boah. Naja, stimmt ja. Ich muss ja wieder... Das ist mit dem einen ärgert mich. Da hätten wir definitiv reingehen können in die Nummer. Na? Die Steuerung. Leider ein bisschen hakelig, ey. Naja, aber man sieht das hier mit dem Zauberstab. Jetzt kann ich zum Beispiel nicht schießen. Und das ist total dumm. Das ist halt mega dumm. So, jetzt haben wir vier. Wir laufen durch, oder? Komm. Ich muss den Part auch irgendwann mal beenden. Come on. Sorry. Wir lassen die anderen jetzt wegfressen. Ah. Ach ne. Ich konnte sowieso keinen mehr holen, glaube ich. Okay. Ich dachte schon, ich springe jetzt in eine Schnecke rein. Aber war nur ein Schmetterling. Muss ich die auch noch ansprechen. Großartig. Du hast die meisten der Alraunen gerettet. 25 Hauspunkte für Gryffindor. Ich könnte wetten, man hätte 50 gekriegt oder so. Oder 30 zumindest. Ah, das ist irrgerlich. Aber es waren halt so viele Schnecken und ich habe das nicht... Ich habe das bei der vierten, war das glaube ich, erst mitgekriegt, dass du nicht aus jeder Lage schießen kannst. Sondern, dass du manchmal nur diesen Dampf da rausgeholt hast. Und genau das ist halt so dumm, ey. Hm? Wusstest du, dass du durch diesen Geheimgang dort zum Klassenzimmer für Kräuterkunde gelangst? Er führt direkt zum Klassenzimmer, in dem du deine Noten verbessern kannst. Ich komme doch gerade von da. Also ja, ich weiß es. Das ist zum Beispiel auch Recycle, die Stelle hier. Ja, hier auch aus dem ersten. Harry, wir sollten noch an deinem Sucherkönnen feilen. Wir treffen uns auf dem Quidditch Übungsgelände. Es ist gegenüber der Brücke des Haupteingangs von Hogwarts. Oliver Wood. Ich weiß trotzdem nicht, wo es ist. Gegenüber der Brücke vom Haupteingang. Ja. Hier werden wir jetzt erstmal einen Cut setzen, ne? Also jetzt speichert er ja hier ab. So, dann werden wir hier erstmal einen Save setzen. Und dann gibt es in der nächsten Folge ein bisschen Quidditch Training, ne? Und dann verabschiede ich mich erstmal. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal Ciao!